Ja, ich bin ein Eisenwarenhändler, leider nicht von hier. Ich reise durch das ganze Land für die Firma Seefelder. Und alles, was ich hier verkaufe, braucht er bis zum Lebenslauf. Drum kommt er rein und kauft recht billig ein. Schraubenzieher, Hosenträger, Arbeitsschuhe, Schreinerkittel, Unterhosen, Bizarre dazu. Schensterbretel, Burkengnechtel und mit mir ein Techtelmächtel. Stollscharmier, aber alles hab ich hier. Japan, Säge, Winkel, Messer, Fräser, Satz, Gummistiefel, Kabel, Kruppel und ein Haus mit Lanz. Vor Maschinen, Schreiner, Hammer, Ladenöffner, Druckluftkammer. Schrazes Silikon, aber alles hab ich da. Frägen gibt drüben, drüben, Spiegel, Handwerkszeit. Mit der Stab und Wasser geht die Feierzeit. Mauerhauten, Einkaufstaschen, Hosenknäpfchen, Hölzleimflaschen. Schleifpapier, das knäpscht von mir. Fischer, Dübel, U-Bad, Anker, Anlaufring. Leim und Spax und Akkuschrauber, leicht Benzin. Zammes Pätsch, die Ofenrohr und dazu eine alte Uhr. Grill, Seminar, das ist doch klar. Winkel, Schreifer, Imbusschlüssel, Schlierstang, Lang. Baustrahler, Helm, wir Zaubein, Ab und Bein, Arm. Wagt nicht, schnäppertür schnaller und verzinkt den Überfaller. Und vom Chef dazu, gibt's einen Bulldog für der Uhr. Und vom Chef dazu, gibt's einen Bulldog für der Uhr. Bravo! 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 Bravo!